So, willkommen liebe Leute beim Grundlagenvideo. Ich mag mit euch den Aufbau vom Baum bzw. im Besonderen vom Baumstamm anschauen. Wir werden dabei die ganzen verschiedenen Schichten sich anschauen, ihre Bedeutung und Funktion und wir werden auch ein bisschen spazieren gehen. Keine Angst, wir sehen jetzt nicht nur diesen Stumpf einer Esche, sondern wir werden auch noch weitere Beispiele sehen. Grundsätzlich, was ist ein Baum? Ein Baum ist eine Gefäßpflanze und gehört somit zu den höheren Pflanzen. Was bedeutet das vielleicht im Genauen? Eine Gefäßpflanze hat Leitungssysteme, mit denen es Wasser und Nährstoffe aus der Erde in die Pflanze transportieren kann, aber auch Leitungssysteme, mit denen es durch Fotosynthese erzeugte Produkte durch den ganzen Baum transportieren kann bzw. durch die ganze Pflanze transportieren kann, auch wieder bis runter zu den Wurzeln. Außerdem gibt es drei Teile, nämlich ein Wurzelsystem, eine Sprossachse, was in dem Fall der Stamm, ist und Blätter. Also wenn man das hat, Leitungssystem und diese drei Teile, ist man eine Gefäßpflanze, was zu den höheren Pflanzen gehört und diese Bäume sind nur dazu zweikeimblättrige Pflanzen. Zweikeimblättrige Pflanzen haben einen Vorzug, was unsere einkäimblättrigen, wo zum Beispiel unsere ganzen Gräser dazu gehören, nicht haben. Sie haben einen dicken Wachstum. Das heißt, sie können nach und nach immer dicker und größer werden und sie praktisch dicken wachsen. Das können nur die zweikeimblättrigen, wo unsere ganzen Bäume dazugehören. Diese Hauptschichten, ihr kennt es außen, wir nennen es, wenn es so aufgeplatzt ist, sagen wir ja in der Regel Borge dazu. Wenn es glatt ist, zumindest in meinem Sprachgebrauch, sage ich nur Rinde. Ist eine Schutzfunktion, also ist tatsächlich die Haut, funktioniert wie bei uns, schützt vor Ausdruckung, schützt vor Sonneneinstrahlung, schützt vor Insekten, schützt vor Viren und vor Bakterien. Ist bei einem Baum nicht anders. Vielleicht auch eine der schwierigsten Schichten, wenn man es jetzt als Bestimmungsmerkmal hernehmen möchte, ist, weil sich das Ganze im Laufe des Alters eines Baumes extrem verändern kann. Alle Bäume haben so gut, oder so gut wie alle Bäume, haben, wenn sie klar und jung sind, eine glatte Rinde. Und wenn sie dann öder werden, kann das ziemlich borgig werden. Das sehen wir nachher in ein paar Beispiele, dass ihr wisst, was ich mache. Also ich würde mich nicht lang weit rauslehnen und mit wen zum Streiten anfangen, ob jetzt irgendwas eine Schuppenporke ist oder eine Netzporke, weil es kann sich das Netz aufreißen im Schuppenbereich und so weiter. Aber das sehen wir nachher genauer. Dann, das zweitauffällige, wenn wir so einen Stumpf sehen, beziehungsweise eine Schnittfläche, ist der Holzteil. Auch da werden wir nachher noch viel genauer hinschauen, weil dieser Holzteil kann verschieden beschaffen sein. Jetzt geht es einmal darum, dass wir die grundsätzlichen Schichten erleben. Dieser Holzteil dient in der Regel erstens der Festigung, weil wenn man so ein hoher Baum werden will, braucht man eine gewisse Stabilität. Und zweitens auch im Holzteil basiert der Wassertransport und der Nährstofftransport, aber nur eben von den Nährstoffen, die was über die Wurzeln aufgenommen werden und im ganzen Baum nach oben transportiert werden, Richtung Blätter. Jetzt müssen wir schon genauer hinschauen und wenn wir da genauer hinschauen, muss das jetzt ein Fantasiespiel sein, weil mit keiner Handykamera oder Kamera konnte man das jetzt so zeigen, dass ihr das wirklich seht. Aber was wir sehen, ist da die Porke, also die Haut und da das Holz. Was wir aber auch sehen, ist, dass da irgendwie noch was dazwischen gibt. Und dieses Irgendwie dazwischen ist extrem wichtig. Dieses Irgendwie dazwischen ist das Kambium und das ist die Wachstumsschicht des Baumes. Nur durchs Kambium kann er wachsen, durchs Kambium wird er dicker. Und dieses Kambium erzeugt in zwei Richtungen. Nach außen erzeugt es den Bastteil. Der Bastteil, man kann auch als Flo eben dazu sagen, weil da drinnen sind eben jene Leiterbahnen verortet, die zukriegen Assimilate, die was durch Fotosynthese in die Blätter entstehen, geschickt und verteilt werden. Und nach innen wird das Xylem erzeugt, kann man auch Holzteil sagen. Und das Xylem ist jener Teil, wo es Wasser bzw. die Nährsalze aus der Erde transportiert werden. Vielleicht vorinteressant, wenn wir sich das vorstellen, wir haben da halt jetzt nur Nadelbäume, aber bei denen funktioniert es genauso. In der Erde unten, sehen wir da jetzt natürlich nicht, das sind die Wurzeln und die Feinwurzeln. Die Feinwurzeln nehmen durch osmotische Prozesse, also saugen eigentlich Wasser und Nährstoffe in sich rein, wie wenn man Küchenrolle in ein Glas Wasser rein tunken würde, saugen einmal Wasser und Nährstoffe ein. Im Holzteil, Xylem, funktioniert das dann erstens durch Kapillareffekte, da drinnen sind praktisch immer wieder kleine Röhrchen, wo sich das Wasser, Kapillareffekt, Strohhalm in Glas reinstecken und man sieht, dass dann im Strohhalm das Wasser höher steht, wie im Glas die Wasserfläche wäre. Dieser Effekt wird genutzt, dass im Xylemteil Wasser nach oben wandern kann und nicht nur das, die Blätter, in dem Fall die Nadeln, haben Spaltöffnungen, wo Wasser ausgedunstet wird und durch dieses Ausdunsten entsteht eine Sogwirkung. Wenn wir das jetzt auf uns Menschen ummünzen wollen, voll interessant, sind die Wurzeln der Mund vom Baum und die Spaltöffnungen von den Blättern sind das, wo bei uns hinten manchmal Luft rauskommt und manchmal was Festes. Also auch da gibt es praktisch einen Kreislauf, eine Nahrungsaufnahme und Ausscheidung und in dem Fall erzeugt es eben auch einen Sog, der was Wasser von der Erde nach oben nachzieht. Finde ich immer voll interessant. Dann haben wir ja eigentlich schon die wichtigsten Schichten. Also es gibt praktisch mal eine Schutzschicht, die Haut, die Borke und die Rinde. Dann gibt es das Kambium, die Wachstumsschicht, die was nach außen, das Floem und drauf sitzt auch noch das Bastkambium, das was dann mit erzeugt die Rinde und Borke. Nach innen wächst es aus Xylem beziehungsweise das Holzteil und dann kann man sich den Holzteil noch genauer anschauen. Aber das möchte ich nach und nach machen, beziehungsweise vorher möchte man mit euch noch, weil wir ja außen angefangen haben, die Haut näher anschauen und da schauen wir sich verschiedene Rinden und Borkentypen an und dann arbeiten wir sich zu Splint und Kernholz weiter. Gut, ihr dürft sitzen bleiben, ich muss da jetzt ein bisschen holprig und holprig durch die Welt stapfen, aber ich bin guter Dinge, dass wir für euch ein paar Beispiele finden. Anfangen werden wir mit dem Glattesten, was wir so haben, die Glattrinde. Ihr habt es richtig geraten, ihr Profis. Wir suchen sie entweder Hainbuche oder Rotbuche. So schaut, da haben wir eine tolle Buche. Es gibt eben zwei große Gruppen, Bäume hat damit zu tun, wo ein Abschlussgewebe ist, also auch jenes Gewebe praktisch das, was mit verantwortlich ist für die Rinden-Borkenerzeugung. Da gibt es eben Bäume mit tiefen Periderm beziehungsweise mit Oberflächenperiderm. Bäume mit Oberflächenperiderm haben in der Regel ebenso eine glatte oder Netzwüte aufgeplatzte Rinde. Auch da gibt es natürlich dann wieder Besonderheiten, vielleicht sehen wir da sogar sowas. Und jene aber mit tiefen Periderm haben in der Regel, so wie da die Fichte, auch dann irgendwelche Schuppenborken oder Netzborken oder Streifenborken. Aber nochmal zurück zu unserer Wuche. Das Tolle an den Buchen ist praktisch, deren Haut kann richtig mitwachsen. Also das kann, ist dicken Wachstum mit eingebaut und somit ist dieses Aufplatzen und Sprengen der Haut nicht notwendig, beziehungsweise passiert es eben nicht. Weil wenn wir sich nachher diese Borkigen Schichten anschauen, diese Borge entsteht praktisch nur dadurch, dass dieses Gewebe nicht mitkommt mit dem Wachstum, dann aufplatzt sie drunter, wieder neu generiert und gestaltet und somit das alte Gewebe immer weiter nach außen getrieben wird und das Borkige Bild erzeugt wird. Also das Glatteste, die Glattrinde, haben wir da bei unserer Rotbuche. Ihr werdet das aber auch bei der Hainbuche finden. Und ich sehe gerade, wir müssen gar nicht weit gehen. Wir gehen miteinander gleich zum nächsten, der was Oberflächen-Periterm-Geschichte ist, nämlich, da haben wir die Birke. Die Birke, und da ist es eben interessant, dass man gleich sagen kann, dass das mit den Älterwerden sich dann doch wieder ganz anders gestalten kann. Die Birke hat eine Ringelbarke, so wie auch unsere Kirsche zum Beispiel. Da ist eben das Korkkambium so ringförmig angelegt, was dazu führt, dass eben, schaut, diese Haut, kann man da so ringförmig, könnte man, also wenn man das einritzt und abschält, dann kann man das so richtig rund ringförmig runterziehen. Auch da in der Regel, ihr seht, wie schön glatt das Ganze ist, und da kann man das nochmal wieder ein bisschen runterziehen, aber auch da sieht man diese Glätte. Ein Zeitgleich, ganz typisch, wenn das Ganze älter wird, ihr seht, auch das platzt dann auf, und dann kann man schon wieder streiten, ist das jetzt eine Netzbarke, oder ist das sogar eine Streifenbarke, oder sind das einzelne Schuppen. Für mich als Laien, ich würde echt sagen, man kann es nicht genau sagen, weil manche Bäume wandeln sich eben im Laufe eines Ältestwerden und zeigen verschiedene Borkenbilder. Aber ja, tolle Sache, das ist praktisch das nächstglatteste, was es gibt. Es gibt da noch eine Spezialität, das zu den Bäumen mit Oberflächen peritärm gehört, der Massenkork. Sowas habe ich bei uns nicht. Da gibt es zum Beispiel die Korkäuche, da ist die Rinde, ist eine Zentimeterdick, oder mehrere Zentimeterdicke Korkschicht, wo tatsächlich dann auch unsere Korken für Weinflaschen und so daraus gestanzt und gewonnen werden können. Aber auch das ist eine Form von Oberflächen peritärm. Ja, jetzt haben wir praktisch einmal das Glatte und jetzt werden wir uns noch ein bisschen weiter wursteln und schauen sich ein paar schuppige Geschichten an, bevor wir dann tatsächlich auch noch zu den Holzschichten kommen mit Splint und Kernholz. Ihr könnt sitzen bleiben, ich werde uns da ein bisschen durch die Welt beamen. So schaut, wir sind da schon bei unserer letzten Station angekommen, es geht eh noch allweil um Rinde, aber wir haben da auch die Möglichkeit, dass wir sich Splint und Kernholz ganz gut anschauen. Super Sache, zumindest für uns die Bäume weniger super Sache. Aber sie wachsen noch, bin da ein guter Dinge. Von jenen Bäumen, die Wasserborken durch die tiefen Peridermis bilden, gibt es verschiedene Formen, wie das Ganze ausschauen kann. Eines kann ich euch da nicht sagen, das ist die Streifenborken. Wenn ihr vielleicht eine große Naturje daheim habt, einen Lebensbaum oder manchmal sieht man zumindest in Parks, seht ihr bei mir auch den Urwelt-Mammutbaum, die haben ganz eine typische Streifenborken, also das sind 10 cm lange Streifen, 1 cm breit, also wirklich als Streifen erkennbar. Da haben wir eine Eiche und die Eiche gehört zu den Netzborken und auch da wird es sogar in der Literatur dann wieder verschiedene Angaben finden. Manchmal habe ich schon gelesen Schuppenborken, ich habe auch sogar schon gelesen Streifenborken, aber für mich eigentlich auch gehört zu den Netzborken. Wenn wir unsere Fantasie bemühen, dann schaut das aus, wie wenn das zu einem Netz verwoben wäre, also so wie ein Fischernetz, deshalb Netzborken. Dann gibt es auch noch die Schuppenborken. Ganz ein tolles Beispiel für die Schuppenborken wäre der erwachsene oder alte Bergahorn. Wieso der? Ein junger Bergahorn schaut ganz lang irgendwie ziemlich glatt aus, bricht dann auch schon langsam auf, aber ein alter Bergahorn hat tatsächlich voll die tollen Schuppen. Aber nicht nur der, auch die Fichte zumindest für mein Auge und auch da weiß ich, dass es auch verschiedene Fraktionen gibt, die einen sagen netzförmig, die anderen sagen schuppenförmig. Ich sage für mich, Schatz, also das geht tatsächlich einfach als Schuppe runter, für mich eine Schuppenborken. Und da sehen wir aber auch wieder, Schatz, da oben liegen junge Fichten auf, also da ist das Ganze glatt und wenn sie dann öder werden, dann platzt das eben so schuppig auf. Rotfichte, eben auch die rötliche Färbung, da sieht man das noch ganz gut, von den Schuppen. Wobei, wenn das Ganze dann älter geworden ist, kommt er immer wieder auf den Standort an, beziehungsweise schaut wenn man das abschubt, da drunter, das schaut schon rötlich aus. Daher kommt der Name Rotfichte, dass das eben rötlich ausschauen kann. Ja, jetzt haben wir diese Hautgeschichte ein bisschen angeschaut und jetzt kommt ganz was Tolles, wie ich finde. Wir haben ja gesagt, das Kambiom erzeugt nach innen eben den Holzteil, beziehungsweise das Xylem und dieses Xylem ist zuständig für den Wassertransport. Jetzt gibt es verschiedene Aufbaukonzepte, nämlich es gibt Bäume, die Splintholzbäume, da drüben hinten steht eine traurige Birke, die Birke gehört da zum Beispiel dazu. Und da müssen wir vielleicht sogar genauer hinschauen, wenn wir das eh schon so gern tun, dass wir genauer hinschauen, es gibt neue und alte Terminologie sozusagen. Was man früher Splintholzbäume genannt hat, weiß man, heute auch die können sogar irgendwann anfangen, dass sie doch noch ein Kernholz ausbilden und würden heute mit verzögert Kernholzbildung heißen. Ach so, jetzt komme ich gerade drauf, habe ich euch jetzt noch gar nichts erzählt. Vielleicht fangen wir so an, was ist Splint und was ist Kernholz. Wo sehen wir denn das besonders gut? Schauen wir, dass wir sich da ein Beispiel suchen, wo wir das gut sehen. Das ist da dann super, das ist die Lärche, das ist ein tolles Beispiel für Kernholz. Ich mag aber was, wo wir ein Mittelding haben. Gehen wir mal ein Mittelding suchen. Ja, Entschuldigung, jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen gehen. Ist eh gesund. Schauen wir, dass wir ein Mittelding finden. Zumindest von der Optik hätte ich gern ein Mittelding. Ich hätte es natürlich auch vorher suchen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Da muss man doch irgendwas... Schaut, wie dreckig das da ist. Schauen wir. Ich bin mir sicher, ich finde was, was meinen optischen Ansprüchen genügt. Langsam verliere ich meine Sicherheit. Nein, da, schaut's. Das ist jetzt nicht Schatten, sondern wir sehen, da drinnen ist was Dunkleres und außen ist was Helleres. Splintholz ist eben jenes Holz, wo der Wassertransport noch drinnen stattfindet. Und Kernholz ist von dieser Arbeit schon ausgeschlossen. Nur im Splint wird Wasser transportiert. Kernholz ist schon funktionslos. Man könnte jetzt auch sagen, es ist tot. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Bei tot glaubt man dann schnell an verfault und hat keine Funktion mehr. Das stimmt nicht. Aber es wird kein Wasser mehr geleitet. Wieso das oft so dunkel wird oder wieso das so dunkel ist, ist, dass zum Beispiel Gerbstoffe, also Tannine, eingelagert werden. Gerbstoffe, natürliches Schutzmittel gegen Pilzinfektionen und das Ganze wird dadurch gefärbt. Es können aber auch andere Stoffe eingelagert werden. Auf jeden Fall werden die Leitungszellen versiegelt beim Kernholz. Das heißt, wir haben Splint, eine funktionelle Holzschicht und Kern, zwar in der Funktion der Stütze noch als funktionelle Schicht betrachtbar, aber nicht mehr in der Funktion Wassertransport, Lebenserhaltung. Jetzt gibt es aber verschiedene Sorten und Orten von Bäumen. Es gibt eben die sogenannten Splintholzbäume. Wir können da jetzt nur optisch spielen. Also ich zeige euch da jetzt was. Da zum Beispiel ist eine Rotbuche. Die Rotbuche ist eigentlich kein Splintholzbaum, sondern sie ist ein Kernholzbaum mit unregelmäßiger Kernbildung. Aber von der Optik her kann ich euch jetzt zeigen, was ein reiner Splintholzbaum war. Ein reiner Splintholzbaum ist so aufgebaut, dass alle Schichten Splintholz bleiben und alle Schichten für den Wassertransport nach wie vor funktionell und verfügbar sind. Das wäre das eine. Als Beispiele habe ich eh schon gesagt, die Birke wäre da zu nennen, aber auch der Bergerhorn bzw. die Heimbuche gehört in diese Richtung und auch Pappeln zum Beispiel. Und auch vorher schon gesagt, heute weiß man, kann wirklich sein, dass sie auch hinten auch irgendwann, wenn sie alt werden dürfen, doch nur einen Kern ausbilden. Somit vielleicht der korrektere Ausdruck Bäume mit verzögerte Kernhalsbildung. Dann gibt es Reifholzbäume. Da können wir auch die Rotbuche dazuzählen. Das ist jetzt praktisch, dass wir da auch eine Rotbuche haben, weil die kann man eben zu zwei verschiedenen zählen. Entweder kann man sagen, sie ist ein Reifholzbaum. Was bedeutet das? Bei Reifholzbäumen sieht man zwischen Kern und Splintholz eigentlich keinen farblichen Unterschied und dennoch ist es Kernholz nicht mehr funktional punkto Wasserleitung. Da wäre zum Beispiel auch die Fichte und Tanne und die Linde zum nennen. Wie wir da jetzt bei der Rotbuche schon gehört haben, kann es tatsächlich eben sein, das spät hinten auch dann doch noch einen Kern ausbildet. So wie die Esche das auch kann. Die Bäume nennt man dann heute mit der aktuellen Sprache Bäume mit fakulativer Kernholzbildung. Das fakulativ heißt nach freier Wahl. Also es kann entstehen, muss aber nicht entstehen. Das wären jene, also die Reifholzbäume, wo man es nicht sieht, dass es einen Unterschied gibt. Wenn man jetzt mit einem Feuchtemessgerät Feuchtemessen gehen würde, dann würde man sehr wohl feststellen, das Holz in der Mitte ist trocken und das rundherum liegende Holz, also das Splintholz, ist feucht und somit die leitende Schicht. Und dann, und da haben wir jetzt das Glück durch die Lerche, die was da liegt. Die Lerche ist ein Nadelbaum, der was das tut, als wenn es Blaubäume wissen wollt, da zum Beispiel die Eiche gehört dazu, oder wenn es eine Walnussschneesächt, die gehört auch dazu. Das sind die Kernholzbäume. Und da ist es voll schön zu sehen. Schaut mal, da gibt es einen rötlichen Teil und der ist beachtlich. Und dann gibt es nicht einmal zwei Finger breit hellen Bereich und das ist eben das Splintholz. Dieser runde, zwei Zentimeter, drei Zentimeter breite Bereich ist nur der wasserführende. Das da drinnen ist alles schon versiegelt und ist praktisch nur mehr Stützfunktion. Finde ich immer wieder voll interessant zu wissen, wie verschieden das denn so ein Baum aufgebaut sein kann. So, und jetzt haben wir auf ganz viel gehört und wie wenn es nicht genügen würde, noch zwei Dinge. Die Jahresringe möchte ich euch noch kurz erzählen und dann ein kurzer Schwank ganz hinten noch dran. Als Abschluss kann man schon abschalten. Das ist für den harten Kern einfach eine Erzählung, wie sich dieses Video entwickelt hat. Aber schaut mal. Wir sehen da voll schön eben die Jahresringe. Und die haben immer zwei verschiedene Farben. Ihr seht, da gibt es einen hellen Ring und dann gibt es einen dunklen Ring. Hell, dunkel. Das Ganze hat mit Saisonen getan. Im Frühjahr, wie es jetzt ist, bis in den Sommer, sind gute Wachstumsbedingungen. Da gibt das Ganze ziemlich Gas und es wächst schnell. Heißt eigentlich, das Kambium produziert ziemlich Fett und ziemlich viel Xylem. Und dann kommt die Winterzeit, die widrige Zeit. Da ist nicht recht viel los. Das ist dieser dunkle Bereich. Das heißt, wenn man Jahre zöhnen möchte, dann ist nicht das helle ein Jahr und das dunkle ein Jahr, sondern hell und dunkel sind je ein Jahr. Dass man das einmal gehört hat. Die gehören eigentlich zusammen und zeigen eigentlich nur die Jahreszeiten an. Das einmal dazu. Und das andere, das Video ist mittlerweile Version 3. Und ich werde so fair sein, dass ich das alte, nicht lösche, verlinkt. Die, die das jetzt hören und sehen wollen. Die zweite Version unten. Ich muss über mich selber schmunzeln, dass da in den letzten Jahren doch einiges an Entwicklung passiert ist. Und falls du zuschaust, liebe Gisela, du warst Teil dieser Entwicklung. Weil, wie ich das das erste Mal dreht habe, habe ich eigentlich noch nicht recht viel gewusst über solche Sachen. Bin raus in die Welt und dann habe ich gesagt, ja das Ploem und Xylem. Und der Gisela zum Beispiel hat dann gesagt, ja eh, richtig. Aber ich hoffe einmal, ob man nicht Ploem, nicht eher Floem ausspricht. So wie man Philosophie, nicht Pilosophie sagt. Und da hat es natürlich recht gehabt. Und dann habe ich das Video nochmal gemacht und habe das richtig gesagt. Auf jeden Fall gibt es Entwicklung, nicht nur bei Bäumen, sondern auch bei mir. Und ein Teil dieser Entwicklung seid es natürlich auch immer wieder mal ihr mit eurer Beiträge, auch mit eurer Fragen. Weil, wenn ich etwas nicht weiß, dann lese ich es natürlich danach und dann weiß ich es hinterher. Super Sache. Gut. Jetzt wissen wir ein bisschen Aufbau von einem Baum, beziehungsweise dem Baumstamm, seine Schichten und deren Funktionen. Ich hoffe, es war etwas dabei, was man brauchen kann und noch nicht gewusst hat. Wir sehen sich beim nächsten Mal wieder draußen bei einer Blumen-Frühlingsblüher-Tour und sehen wieder leichteres und gefälligeres. Okay, bis zum nächsten Mal.